Pünktlich zum Beginn der Sommerzeit klettern auch die Temperaturen wieder nach oben und die erste Hitzewelle rollt auf uns zu. Da möchten wir uns natürlich unbedingt Abkühlung verschaffen. Das geht einerseits durch den Sprung ins kalte Nass oder andererseits eben durch Klimageräte und Klimaanlagen. Und da sind wir schon mittendrin in unserem Energiespartipp, den Sie jetzt jede Woche in unseren Sendungen mitbekommen. Die immer heute Klimaanlagen und die sind generell ja Stromfresser. Beim Kauf von modernen Geräten und wenn diese auch richtig gebaut sind, kommt man zwar ohne Kühlung aus, trotzdem sollte man diese Klimaanlage etwas unterstützen und das können Sie auf alle Fälle. Wenn Sie diese in einem alten Gebäude verwenden, dann ist es wichtig, dass das thermisch saniert worden ist. Das spart nämlich einiges ein, im Winter an Heiz und im Sommer an Kühlenergie. Und da bleibt uns einiges im Geldbörserl drinnen. Ja und dann ist es auch wichtig, wenn man gar nicht auskommt, ohne die Klimaanlage, auf die Effizienzstandards des Gerätes zu achten. Auch da gibt es viel Einsparungspotenzial. Unterstützen können wir diese Klimageräte natürlich mit der richtigen Beschattung und Belüftung. Die Belüftung des Raumes sollte immer in der Früh, also in den frühen Morgenstunden oder am Abend erfolgen. Dann bleibt der Raum richtig gut gekühlt. Ja und Sie sollten auf alle Fälle den Kauf von mobilen Geräten vermeiden. Die sind zwar recht praktisch, weil man sie einfach überall aufstellen kann, aber Sie brauchen zusätzlich Luft von draußen und das passiert durch ein gekipptes Fenster. Ja und damit kommt ganz viel warme Luft von draußen rein und das Gerät verliert somit 25 Prozent an Leistung. Also wenn Sie unbedingt ein Kühlgerät haben möchten und natürlich einen kühlen Sommer bei den heißen Temperaturen erleben, ist es wichtig zusammengefasst, auf die Effizienzstandards des Gerätes zu achten und den Raum richtig zu beschatten und zu lüften. Dann bleibt Ihnen garantiert mehr im Geldbörsel und das können Sie ganz sicher gut in den Sommermonaten brauchen. Da bin ich mir sicher.